Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Wir sind hier im Aratibecken, schön, schön Moment, gehen wir So, da sind wir wieder Also, ich weiß nicht, wie lustig das wäre, wenn ich jetzt Let's Plays und keine Ahnung für Videos hätte Aber ich wahrscheinlich jedes Mal sowas drin Naja, gut So, hat sich im Vergleich zum letzten Mal was geändert? Nein, hat sich nicht Wenn es jetzt ein kurzes, ein kleines Spiel gäbe, hätte ich jetzt was anderes mal gemacht, aber Nee, lieber nicht Oder? Hm, weiß eigentlich nicht Nee, lass gut sein Machen wir hier mal keine Experimente, oder? Hm Soll ich experimentieren? Ach ja, komm Was soll's probieren, oder was damit? Das noch rein Das ist ja schon dran Das kann ich nicht mit reinnehmen Ja, das machen wir mal so Wird wahrscheinlich eh zum kurzen werden Aber egal Versuchen wir's einfach mal Hm Was soll ich denn als Gegner Oh, Russen Okay, gut Muss man sich anstrengen Ach, Chat wieder Ob halt Russen als Gegner sind und so, ne? Kennt er ja Moment, da mal gehen So Ach, das ist schlimm Mein Gott Wie stellen sich alle so an? Na komm, schlopp Wir gehen wieder Segelwerk hoch Oh, meine Nase Ist immer noch ein bisschen am Meckern Oh, das ist schnell Das scheint irgendwie ein bisschen bei mir buggy zu sein Aber voll Ach, dann runter Jetzt ist das geschmeidiger Leute, bitte kommt schön hier hoch Sonst haben wir ein Problem Ja, da kommen ein paar Ich stehe mal gleich rein Hier sind nämlich schon mehrere Wenn ich mich nicht verguckt habe Okay, doch nicht Oh, prima Das ist ein Reality Trottel Doch nicht so viel hier Der wird sterben, hat er gesagt Das ist gut, das überleben wir alles Da ist ein Rogue Da ist ein Rogue Ja, anzwischen Ich stehe nicht mal Was ist das denn rein? Schaffen wir es? First Blood Ja, schön Ich glaube, dass ich da bis Länger was machen kann Als du, mein Freund Ich habe jetzt bisher ohne CD's geschwählt Einfach nur so Wo die Motor gefahren Ja Tja Wohin Mädels Ja, eigentlich müssen wir den Pippchen hier reinnehmen Ja, ich bin auch ein bisschen nervös Ich bin auch ein bisschen nervös Auch ein bisschen öffnet Gut gut Ich bin auch ein игрok Ah man, das Zorn ist 82k. Nimmt mal mit, ne? Aber das Zorn ist 80k. Boah, tut weh. So ein bisschen, ne? Ja, da kam schon was rum. Wurde es nicht. Ja, aber tut halt dann richtig weh. Äh, so. Da hier, 2 Nachteil. Boah, nimm mal mit, ne? Ach, ich hab ja, ha ha ha. Ich muss ja die Zickleer tauschen. 49% Mastery. Äh, Vielseitigkeit. Wird das mein Freund? Ist da jetzt jemand oben? Da ist ein Pally. Auf den geben wir auch mal als ein Heiler hier. Oh, ne, tsch... Ach, Entschuldigung. Äh, gut, gegen soviel Millis. Zwei Reds, zwei Krieger. Charge, Stunt, Slow. Ja Mädels, ihr müsst dann da auch da oben bleiben und was machen. Nicht alle abhauen. Da waren noch vier oben. Alle abgehauen. Feiglinge. Jetzt hauen sie wieder ab. Ja, das ist schön. Jetzt tappen sie hier. Bis so weitergeht. Sofort, jetzt riechst du die Fresse. Ey, ich hasse es. Ich hasse es. Das gibt's echt nicht. Das prägt hier nix mehr. Meine Güte. Ständig ab hin und her. Egal. Das hat richtig wehgetan. Ja, okay, das... Ah, scheiße. Bleib's hier, mein Freund. Ja, Leute. Dritte Waze-Frau. Spawn die hier oder hier? Eigentlich müsstest du sie hier spawnen. Tja, da ist jetzt keiner. Ach, doch, da war einer. Zack, dude. Lass mich weiter essen. Das ist doch lächerlich. Springt der gleich? Das war so klar. Das war so klar. Spell Reflect an. Da würde ich auch ja mischtern. Ey, das ist doch lächerlich. Jetzt hör wieder. Das ist wirklich hart lächerlich, um ehrlich zu sein. Na ja, gut, okay. Da hat eindeutig... Da haben eindeutig die Wings gefehlt. Da haben wir jetzt nämlich beide schön runtergezimmert. Da ist er gerade verreckt. Ja, Leute, es muss irgendwas passieren. Es will help, wird gehen wir auch. Also, wenn das so weitergeht, wird das nichts. Boah, scheiße. Wir haben den Schrat auseinandergenommen. Ja. So, wie schön. Und tschüss. Mist, scheiße. Hat der ein Glück? Ich hätte halt gleich nochmal schmeißen. Was ist das so? Ach, das ist ja noch cool doch. Killing spree. Hau ab. Achso, geht ja gar nicht. Eieiei. Aber das Lustige ist... Ah, nee, doch nicht. Aber so viel Lille. So viel hier. Ist da jetzt noch was oder nicht? Na, ich höre mal nicht wahr. Ja, das wird jetzt eher zum Geplinkl hier. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Aber gut, das waren ein paar zu viel. War es gut. Es sind wieder nur die Krieger da oben. Aber gut, die tauchen halt im Zack auf. Dann ist das alles logisch. Haben sie es hier? Immer noch nicht. Wer ist hier? Ja, ey, komm. Jetzt reicht's aber. Ja, hin nicht. Kommt mal gar nicht mehr dazu, seine CDs zu ziehen. Ist der scheiß Heiler. Oh, tschüss. Ey, das ist nicht euer Ernst, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Was, ein Glück, hatte ich das Handauflägen noch. Ey, kann der auch mal nicht parieren? Spacko. Mein Gott. Boah. Das ist der richtige Militren. Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Militren. Ein Heiler. Das ist lustig. Sie haben einen einzigen Heiler und der macht alles nass. Beziehungsweise der Rest macht das hier ein. Das ist lustig. Jetzt kommt sie drauf und guck mal Oh man oh man oh man Ach du Scheiße Ja klar gut da fliegt der Hammer Da geht's TV durch Das letzte Urteil durch Dann hat man keine Chance Aber bisher naja gut 1000 zu 1300 Naja was willst du halt machen Da ist der Militrain Bei uns wird er auch nicht so doll gespielt Von daher ist das doch noch ganz ordentlich Scheiße Mehr Und haben wir jetzt da 49% Fünsächlichkeit Das war mir jetzt eh wichtig Dass der Scheiß Rieder das verreckt Das ist so cool Was ein Militrain Aber immerhin Für mich verkrüppelte Spielweise Hey gut machen wir ja Lustig Wenn man nicht so hart im Fokus stehen würde Wie eben jetzt Da hätte ich ja viel mehr anbringen können Aber gut okay So ist es halt ne Ich sag mir immer Vielen vielen Dank Fürs Zuschauen Wenn was sein soll Und abdommiert in den Kommentaren Oder auf Twitter Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Tschüss Mmh Sind Für mich Wenn ja